Sie hören Tausend Zeilen Lüge Das System Relotius und der deutsche Journalismus Von Juan Moreno Gelesen von Richard Barenberg Ein Hörbuch des Argon-Verlags Wenn die Arbeit getan ist, wirkt alles einfach und glatt. Als sei die Story ordentlich verpackt und mit einer Schleife verziert dahergekommen. So ist es nicht. Darüber möchte ich sprechen. Wie es ist, wenn man mittendrin steckt. Plötzlich stand alles in Frage. Meine gesamte Karriere drohte in die Brüche zu gehen. Ronan Farrow, US-Journalist und Auslöser der weltweiten MeToo-Debatte. Am 3. Dezember 2018 beim Deutschen Reporterpreis. Statt einer Einleitung. Der Solo-Kletterer auf dem Gipfel. Er war nicht in Panik. So viel steht fest. Es war die Nacht zum 3. Dezember 2018. Stunden vor dem größten Triumph seiner Karriere. Presse-Deutschland würde sich bald wieder geschlossen vor ihm verneigen. Zum vierten Mal würde er den Reporterpreis gewinnen. Viermal in fünf Jahren. Das hatte es noch nie im Journalismus gegeben. Aber unglaublicher als das, finde ich noch immer, dass Klaas Relotius, der wohl größte Hochstapler im deutschen Journalismus, nicht in Panik war. Kollegen, die diesen Tag mit ihm verbracht haben, sagen, dass er ein wenig ernster als sonst gewirkt habe, nachdenklicher. Aber panisch? Nein, sicher nicht. Es gibt Filmaufnahmen von diesem Tag. Ich habe sie mir immer wieder angesehen. Es stimmt. Relotius wirkt völlig normal. Sogar ausgelassen. Je häufiger ich mir das Video anschaue, desto unwirklicher wirkt es auf mich. Dabei hatte er doch kurz vor dessen Aufzeichnung am 3. Dezember 2018 diese Nachricht erhalten. Hello, Klaas. May I ask how you wrote an article on Arizona Border Reckon without coming down for an interview? Strikes me as odd that a journalist would write a piece without physically collecting facts. Jen, AZBR Hallo, Klaas. Darf ich fragen, wie du einen Artikel über die Arizona Border Reckon schreiben konntest, ohne hier für ein Interview aufzutauchen? Ich finde es komisch, dass ein Journalist ein Stück schreibt, ohne persönlich die Fakten zusammenzutragen. Jen, AZBR Ich kann mir das nur so erklären, dass er schon dutzende Male in einer ähnlich ausweglosen Situation gewesen sein musste. Die vielen Lügen hatten sein Leben mit Sprengfallen umgeben. Man kann daran zerbrechen oder mit der Zeit zum Meister dieser Sprengfallen werden. Man kann die Überzeugung entwickeln, letztlich immer einen Ausweg zu finden, immun zu sein, ganz gleich wie schwierig die Ausgangslage ist. Immer und immer wieder stand Relotius kurz davor, als Hochstapler aufzufliegen. Er war Journalist in einem Ressort, in dem lauter Spitzenreporter saßen, die beruflich nichts anderes machten, als Menschen zu treffen, sie kritisch zu befragen und aufzuschreiben, was von diesen Menschen zu halten ist. Relotius war von Berufsskeptikern umgeben. Sie alle hatte er über Jahre mühelos umtänzelt. Ich stelle ihn mir in dieser Zeit wie einen Solokletterer vor. Einer dieser Menschen, die ungesichert eine Steilwand hinaufsteigen, ab und zu in ihren Kreidebeutel am Rücken greifen und mit der Endlichkeit ihrer Existenz kokettieren. Das Unerträgliche ertragend, gewöhnt an den Gedanken, dass ein Fehler alles zerstören kann und dennoch siegesgewiss. Gelassene Todgeweihte. Bei Gefahr reagieren sie kühl, rational. Der Angst wird Präzision und Kontrolle entgegengesetzt, beherzt und gekonnt, bis sie wieder Herr ihres Wahnsinns werden. Für mich als Außenstehenden, als Beobachter eines solchen Solokletterers, ist diese Ruhe verstörend. Mich lähmt Angst, der Gedanke, dass man manche Dinge schlichtweg nicht im Griff haben kann. Ich wäre in Panik. Der Reporter Klaas Relotius spielte seit fast zehn Jahren mit unglaublichem Einsatz, ging mit jedem gefälschten Text ein sagenhaftes Risiko ein und immer wieder stand er kurz davor, alles zu verlieren. Wahrscheinlich war Relotius im Dezember 2018 einfach an den Druck gewöhnt. Die E-Mail an diesem dritten Dezember schien für ihn nicht... ... ... ... ...